Hi Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen heilerischen Folge Rogue Company. So, wir spielen jetzt hier wieder den guten Saint, den guten alten Medic, also den Heiler, der die Leute wiederbeleben kann mit dieser kleinen Schwebeheildrohne. Und ja, auf ihn habe ich jetzt nochmal Lust, denn ich mochte sein Sturmgewehr mit dem Visier eigentlich ganz gerne. Und auch so, seine Fähigkeit ist natürlich auch sehr praktisch fürs Team. Und deswegen würde ich sagen, ab in die Action jetzt. Ab in die Action. Mal sehen, wie das Ganze jetzt so laufen wird, das Ganze im Match hier. So, wir holen uns auf jeden Fall, denke ich mal, die Mine, oder? Hm, nee, 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 nee. Wir warten erstmal, wir heben erstmal das Money auf. Würde ich sagen. Erstmal aufheben. Das Gelbe hier. Und dann halt in der nächsten Runde das Sturmgewehr holen und auch noch verbessern. Ist, glaube ich, besser. So, das geht. Okay, wir machen rüber zu B. Schnell. Jawohl. Oh. Jawohl. Sehr gut, auch. Okay, sie hilft mir. Sehr schön. Gute Teamarbeit schon mal. Ja, danke, Mann. Gute Teamarbeit. Sehr schön. Erstmal geht es auf jeden Fall an uns. Die Ronin hier spielt gut als Team. Ja, das ist ein guter Teamplaner. So. Okay, weiter geht's. Na, mal sehen, ob die Gegner hier noch eine Chance haben werden. So. Jawohl. Wieder angehittet. Oh. Oh. Hilfe. Zurück. Hier einmal rüber. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Okay. Einmal hier bitte ein bisschen was holen. Zack, eine Mine noch. Jawohl. Ja, also bis jetzt läuft es für die Gegner nicht so gut. Für die läuft es wirklich nicht gut. Ja, ich mach diesmal bei A. Dank. Denke ich mal. Obwohl, ich bleibe lieber bei meinen Leuten, oder? Hm. Ach, nein. Einmal hier was von. Und wenn ich halt jetzt hier erledigt hätte, ist es halt so. Okay, alle Feinde sind bei B. Oder auch nicht. Nicht alle. Hier sieht er. Jawohl. Sehr schön. Boah, ich liebe die Waffe. Ich liebe sie. Ja, schade. Gegen zwei gleichzeitig habe ich aber dann doch keine Chance mehr. Aber ich liebe die. Also ich liebe wirklich die Waffe von dem. Einfach geil, mit der zu feuern. Und auch so. Ich und der hier, finde ich, passen ganz gut zusammen. Auch mit der Mine und so. Das passt ganz gut so zu meinem Spielstil. Also der gefällt mir wirklich gut, der Heiler hier. Der gefällt mir wirklich gut. So. Einmal die Mini jetzt hier hinlegen. Ich bin alle Feinde herausgerannt. Jawoll. Hoho. Sehr schön. Ich bin platziert. Bei A. Da. Oh. Na, das macht amendments. Okay. Der eine Wesen soll entschärfen. Christ. Schön. Schön. Schönes Match. Bis jetzt. Okay. Okay. Du musst einmal hier. alles verbessern ich mache gerade auch gut eliminierungen würde ich mal meinen mal sehen waren die wieder ja denke ich sie auch danach aus wenn dieser flugbahn herr dort hinten erst mal zurück so ja hilfe das war dumm dass ich es wieder rausgegangen bin er redet mich vielleicht oder na dies hat jeder punkt glaube ich noch mal schön schön gemacht von denen auch wir es jetzt nicht geschafft haben aber trotzdem gut von den gemacht ok ok kann man nichts sagen drüber so wir müssen uns wieder mehr anstrengen ich bin gerade auch ein bisschen dumm rein gerannt ich denke mal die werden bestimmt wieder probieren weil es halt geklappt hat ich werde diesmal hier bei einer mine platzieren dann wird die einfach mal hier hin würde ich sagen du bist doch mal kann ich hier hoch? nein komm so mein heiler wieder auswählen sehr gut naja sieht auf jeden fall sehr spannend aus wir führen zwar jetzt gerade aber ja es kann auch sein dass die gleiche spüren weil die spielen auf jeden fall nicht schlecht muss man auf jeden fall schon so sagen so wo machen wir denn lang? ich denke mal bei b obwohl ich mal hier hinten lang so gut ich gehe jetzt auch hier lang ich werde mich auch mal so viel sagt mir von dieser zweifel ich sollte hier eher aufpassen ich schaffe es von hier aus jetzt meine leute zu unterstützen perfekt ja ich sagte schon mal tschüssi ach du schreck ach du schreck kann ich vergessen alleine gegen die alle hier das waren noch vier mann also ja hilfe also jetzt muss es wieder besser gehen jetzt muss es wieder besser laufen das war einfach eben von uns nicht gut gut dass wir alle dort rüber und hier eine von sie wieder b aber es funktioniert ja jetzt nicht was soll ich einfach diesmal auch direkt mit reingehen zb ja komm wir probieren ja komm wir probieren es mal wenn es jetzt schief geht steht es halt auch noch 4 4 nein nein danke 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 schade ist die feinde wirklich gut auf vielleicht dann steht es nun das wird spannend hier gewinnt bis jetzt aber an sich eine geile runde wir können jetzt eigentlich sogar platzieren erst mal zurückgehen also hier im angriff sind wir gerade echt nicht gut gut wir haben es geschafft aber auch nur sehr sehr knapp also an sich ja verteidigen wollen wir vor und besser wir sehen ob wir jetzt die führung behalten können oder ob es gleich wieder gleich steht so meine leute machen wieder rüber zu arm und dort platzieren gut ein feind habe ich hier ausgeschaltet ja nein jawohl sehr gut links nein mir war es so klar dass das für mich war war mir irgendwie klar ich hätte eher die bombe nicht nehmen soll ich habe auch schon überlegt was soll ich machen ich war mir aber halt ist eben nicht sicher ich habe zuerst überlegt habe ich die bombe nehmen sollen rüber rennt zu dem anderen ort aber ich war mir halt einfach nicht sicher was ich tun soll genau ja gleich stand auf jeden fall mal sehen wie es wird noch hier ja 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 Ja, komm! sehr gut mit anderen weg wo ist es hinten? ja, komm! ja, komm! ja, komm! Uwe wenn wir jetzt nochmal gewinnen haben wir das ganze Match gewonnen mal sehen save the day get paid, right? ja, jetzt wird's spannend mal sehen, ob wir sie jetzt schaffen oder ob die Feinde sie jetzt nochmal einen Punkt kommen mal sehen mal sehen so ich warte erstmal kommt jetzt laufen los jawohl jawohl ja sehr schön ja, Mann hallo, Dima ich liebe dich aber du warst jetzt gerade mal ein Teil du bist der heilige Flagge, Mann jawohl, geschafft sehr geil ja war ein cooles Match war wirklich ein cooles Match hat mir Spaß gemacht gut, Leute so da würde ich sagen da würde ich sagen war's das denn jetzt hier mit dieser Folge ich hoffe euch hat die auch ein bisschen gefallen die Folge lasst mir gerne eine Bewertung da und ja bis zum nächsten Mal dann euch noch einen schönen Tag hat rein und tschüssi